so leute und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal heute gibt es die kongo vulkane von jorge die jf jf keine ahnung hier ist auf jeden fall das back label so gucken wir uns mal einen an das ist ein ganz normaler silbervulkan so wie die vesuv von keller so sehen die hier aus schlicht gehalten mit einem löwe oder tiger drauf hier wahrscheinlich die fc 3001 12 gramm hat ein vulkan und ja dann werden wir uns mal angucken was die so drauf haben so jetzt machen wir die kongo ich würde mal sagen wir fangen gleich mal mit dem fächer an und let's go also wahnsinnig gut die waren die sind richtig gut jetzt machen gleich weiter mit drei fächer wie viel was also gleich zwei machen ja mach ich zwei also die sind absolut die sind absolut genial also das sind wirklich klasse vulkane und jetzt machen wir noch die letzten fünf im feuerwerk modus genau hoffe das klappt sind die haben wir noch schnell den letzten an genau das sind übelst kranke teile leute also leute die top kauf empfehlung für die teile war noch glaube ich gar nicht teuer ich hau euch mal den link in die beschreibung sind von röder und dann würde ich sagen sehen wir uns im nächsten video haut rein und ciao ciao und